drückt den knopf ok ich bin bereit scheiße alter bildschirm ist viel kleiner ich bin auch bereit ich schicke euch mal ein foto wie das jetzt aussieht bei der ps4 ab jetzt werden wir wieder verkacken ja jetzt haben wir zuschauer zwar noch verkacken ich weiß schon wie das bei der ps4 aussieht hast du es mal gesehen ja aber genie nicht genie wäre ja auch genau so ist nämlich auch bei twitch bist du gerade on also man sieht das profil bild sogar also man sich das profil bild und das profil bild ja das war dann den namen oder wiffen ja das war dann den namen oder wiffen happy birthday to you ach da wo singen wir jetzt happy birthday to you hat auch keiner geburtstag also ich sehe geht an alle die geburtstag haben geht an alle die geburtstag haben wir können wir für ihn ja die spenden lassen wir ihnen zukommen man hört nichts man hört man nicht so ja man hört man nicht wir haben alle hat keine skins entweder denn das vollbruch ist die uns verarschen wollen ich muss erst mal wieder reinkommen du bist schon drin im spiel nein oh man du bist doof gleich beleidigen ja ich melde dich so genau melde dich ja melde mich ich warte drauf ich warte darauf dass die wunde endlich beginnt ach gott sei dank endlich oh ja wohin sollen wir bei einem schiff ist bei mir wieder ding was das schiff ist bei mir wieder fragezeichen die jacht oder welches schiff ja die jacht mensch dann soll ich das doch die jacht nahen wollen wir nicht hier zum berg nee wir gehen ja zum mistik dann soll wie lange nimmt er jetzt hier eigentlich auf keine ahnung ja nimmt er jetzt nur so lange auf bis ich also so wie die einstellung 30 minuten oder da sehen wir ja dann ja toll vater mitspieler ist schon weg oa milano was machst du hier der bekater kommt hier ey katzen randale geh weg jetzt nicht auf du kannst du ja nicht einfach die truhe klauen werden die katzen da hinter mir katzenfalt machen dann noch einen kleinen tragen auf und schießt zurück wo ist er hier bei mir im haus wo hab ihn ok ich verhöre ihn verhöre ihn da ach kommt alter ich will auf den schildern zack alter der hat mich kein einziges mal getroffen ich war doch froh dann bin ich auch dabei hat er die ganze zeit geschossen aber ich war besoffen aber ich war besoffen ich kann nicht mehr so ja genau ich höre immerhin noch geballer ich höre hanggranaten ja warum verschwendest du die ich hab doch drei die noch keine kranke ja hab ich gemerkt ich bin zufrieden boah geil goldene sturmgewehr ich hab ne lila taktische gekriegt ne lila taktische mhm hier ist noch ne klinik wo hab's markiert da da möchtest du die glieder noch ne 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 mir reicht auch die ähm grüne jetzt spielt man nur zwei noobs vilano bobby bist du ruhig? bobby? ja super kann das sein, dass sein Headback kratsch Bugs ja ach ne ey ich kann nicht mal irgendwas hier ist nicht ein Schlörfisch alles gut die Zone ist bei uns hier war noch ein Schlörf ich bin voll oh Tobi noch nicht ja weiss nicht hat er jetzt den anderen genommen sonst hol ich mir den anderen jetzt auch wieder zurück guck mal guck mal guck mal wo wird das heißen was die blöden katzen im AS wir müssen gerade jetzt, genau jetzt aufmicken ich hab hier noch fernsehentladung in sechs stück brauchen wir nicht irgendwo hier wird geschossen hier auf der kleinen insel aber das war ein handgelanger scheiße auf jeden fall da ich hab einen ich hab einen ich hab noch einen am ende sack und der dritte auch nackig gemacht ja jetzt klaut der armen das ist jetzt ein die wird kaum geballert aber ich sehe ihn aber ich habe Mensch! Da, nimm das du Sackratte! Wo dann? Da! Da, kommt noch einer! da ist noch einer aber was ist denn hier los man probleme ich habe auch probleme ich habe keinen ein schild schild entschuldigung entschuldigung wenn du uns hörst hüpfe einmal da ist noch ein großer ich brauche erstmal kleine ich muss hier eine waffe einmal als herausforderung hier sind ja ganz viele tränke geil alter ich hab sieben kill es ist erschreckend wie flüssig dieses spiel läuft ist doch gut ich kann jetzt ding das ziel ist jetzt auch von komplett anders langsam und jetzt ist es total schnell komplett komisch ich glaube mit einem salben stromgewehr in letzter zeit viel besser als mit einem spur was sollen wir noch da das ist mit der waffe genau das hatte wir dahin Ah, Scheiße. Ja, XP! Ja, Banzai! Nein, sie sind auch noch mal. Was? Da, wo Tobi hingeht, ist auch. Ach, die hab ich schon. Oh, Tobi. Was hat er gemacht? Ich baue eine Tür rein und er haut das komplette Ding um. Warum nicht? Ja! Hier ist noch ein großer Schild dran. Ah, Metall, Metall, Metall! Ah, Metall, Metall, Metall! Hier ist noch ein Stehengewehr. Brauch ich nicht. Ich hab schon eins. In Blau. In Blau. Ja, Tobi, wir haben es verstanden. Da ist eins in Blau. Eins in Blau, Blau, Blau. Oh, ich hoffe, er speichert das nicht auf der PS4. Da hab ich nämlich kaum Speicher. Sonst kann ich da dann noch lösen. So. Komm, das ist die Aufgabe. Fertig mit dem Metall. Ja, zack, fertig. Gebietsherrschaft. 10.000 EP. So, was ist jetzt noch? Boah, lass da hoch. So, auf den Berg. Wo? Okay, Tobi hin? Scheiße. Tobi, äh, Tobi. Beeil dich. Jeanie, beeil dich. Jeanie, beeil dich. Wegen? Ja, Tobi macht grad selbst Mord. Oh. Das aber auch immer vorrang muss. Ja, ne. Ok, er kommt zurück. Wo? Was? Ein Gegner? Wo? So ungewohnt mit so einem kleinen Bildschirm Da oben, auf dem Baum, flog da einer Ja, ich steh Oh, hier auch Halt doch, steh Ah Ah Oh ne, oh ne, nein Fuck Lunch Ja Und cool Und cool Oh, ich hoffe, irgendjemand knallt ihn jetzt runter Ja, ist ja gut Wir spielen hier kein Minecraft Ich denke das Ich bin ein Schiggischiggischiggi Ah, jetzt hört man sich wieder, herrlich! Mein, die Güte! Ja, ne? Kannst du uns denn hören? Ich kann euch auch nicht hören, nö. Scheiße, ich hoffe das ist bei der nächsten Runde anders. Guck mal, Tobi ist mal verloren da gegangen nach Zwilling. Ja. So. Ja, es geht los! Aber ich bin schon wieder 4 Level aufgestiegen, ne? Mhm. Also wie eine Runde davor. Da 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 da! Alter hat irgendwer Husten? Ach, also ich nicht. Ich hab eben irgendwann Husten gesagt. Ich nicht. Ich glaub da hat jemand Corona. Okay. Ist das damit? Womit? Leuchtturm. So, wie die Leuchtturm? Da! Ja. Ja. Ja, dann, was doch Leuchtturm. Warum ist das? Warum gehen dann immer die vierten Mitspieler weg? Vielleicht mochte er dich einfach nicht. Ah, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Echt hier? Schaut nicht mal einer zu. Ich muss, ich musste dem Spielkanal noch beitreten hier. Hä? Deswegen hab ich euch auch nicht mehr gehört. Ich seh, ich seh ein Lama, ich seh ein Lama. Lasst's hier landen. Ja, ich muss auf die Inseln, weil die bei mir grau ist. Hä, was, beim Leuchtturm? Hm. Ich bin, dass das doch sowieso alleine. Wieso sollen wir denn da alle hin kommen? Hey. Ist echt. Uh, let the dogs out. Oh, hier ist nun wieder eine Münze. Jaaa, XP. XP. Kannst du die Münze mitbringen? Nee. Ist leider zu schwer. Du brauchst da nix markieren. Wir kommen da eh nicht hin. Wieso nicht? Ja. Guck mal auf die Zone. Aber echt. Ja, musst du deinen Hintern zu uns bewegen. Aber echt. Aber sowas. Du musst deinen Arsch schwingen. Schwingen wir wie Spider-Man. Wie, da kommen auch so komische Fäden drauf. Müsstest du dich doch am besten mit auskennen. Am besten so wie in einem Video, ne? Keine Fäden, sondern ähm, das von unten. Ohhhh. Ein goldenes Salvensturm. Ohhhh. Ich hätte gerade n Niedernis. Alter, ich spritz ab. Eww. Auf die Tastatur. Ehhhhh. Ehhhhhhh. Ehhh. Ehhh. Ey, in einer Runde der Frohe war das ja echt gemein, ne? Wut jetzt von zwei Seiten gekommen sind. Ja. Dann so alles durcheinander, ich dachte, ja, der gehört da dazu oder so'n Scheiß. anstatt ich mit dem sniper schneller schieße nein versuche ich genau zu ziehen verkauft das am ende hatte ich keine chancen und wieder schneller ich wollte zum haus da wo du jetzt bist ja dann geht noch ein gut geiles stück du würdest für mich nicht mal ein staubkorn da übrig lassen jetzt nicht verarschen da ist noch eine komplette truhe drin ja dann macht sie doch auch jetzt noch ein großer trank ich bin voll 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 so siehst du auch aus da haben wir jetzt auch handgranaten die habe ich auch manu liebe stress das will wieder immer manu Tobi zwingt mich was du stressen oder was ja genie hau ab manu du kleine drecksau verpiss dich manu manu aber leidigt mich ich baue hier mal schnell eine wand dahin wow auf uns wird geschossen ja siehst du halt warte nicht oh alter warte ich hab's zuerst gesehen ich hab's markiert ich hab markiert du hast den scheißdreck gemacht du blöde schlampen Mannu Mannu kick ihn was ich hab nichts gehört du gib mir zu steh du Arsch du kriegst nen Pups Mannu ich will ihn wieder in den Solo Modus spielen oh oh ich spiel den auch wieder und Tobi will gemeldet werden ich will nen Bann haben ich hau bei mir ne Bann haben einmal links und einmal rechts Mann Tobi was bist du denn schon wieder in meinem Haus ach leck mich doch blö ne pscht ich glaub ich hör'n Gegner ja hier ich glaub ich hör'n'n Gegner wow mir auch heiß pass auf die Bärensicht oh Mann Genie was was soll denn der Klon hier oben ja ich hab'n 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 noch einen schnell schnell da oh wir müssen jetzt pushen Leute wir müssen pushen aaaaah ja dann push push'n push'n oh da ist noch einer manu manu hier aaaaah ich hab'n 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 ich werde gleich zu merkel jetzt wartet doch wenigstens alter scheiß ist der heli da noch ja komplett kaputt er ist ja gar nicht noch müssen laufen müssen laufen warte er rennt doch nicht vor wartet auf mich dann kommen raus jetzt wir haben nicht so viel zeit hat er auf mich erwartet da hat euch doch mein jahr teilt euch wieder auf das ist doch kacke jetzt langsam weiter hast du uns auch stelle ich war schon ich höre stelle ich nein wir fahren nicht mit dem boot wir laufen 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 das ist ein bänder ein gemennen wurde in der nähe geschossen glaube ich ich muss noch nachladen notvoll habe ich noch zwei sprungflächen ich habe noch eine hat keine also du musst dann hinten bleiben damit ich als erstes abkratze oder was also bei deinem hand kommt ein luftballon doch in der richtung ja wir sind verliebt und froh na leonie hier landet ein ballonsee habe ich doch vorhin gesagt nein hast du nicht wollte dahin ich wollte dahin ich wurde angeschossen von wo ja ich habe kein sniper ich habe auch eine rampe da ist nur ein sniper sie schnitz da da wo jetzt ja die lila münze ja jetzt reicht ja sie ballern sie ballern auf andere ja da oh nein schweiß sturm 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 schweiß oh das sniper sprungfläche springen warum wohin achtung 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 bleib stehen im namen des besetzes bist du verhaftet direkt so heilt sich ja aber ich glaube der ist allein in der bush war nicht was ist das für ein strudel der benutzt den bus den bus benutzt leute nein sind wir zwei drei sogar weisen darin einer ist hier im namen ich höre sie da ist echt fast am arsch gewesen ist tut wird Mensch, Leute... Ja... Eine Runde spiel ich noch mit euch. Was ist denn heiß? Danach müssen wir, oder was? Nö. Das ist Ruhe angesagt hier. Das heißt, du packst wieder irgendwas anderes. Ja, das mit den Zuschauern ist nicht so doll, oder? Nö, bisher hast du keine. Eben. Aber vorhin hattest du welche. Aber es ist ja so einfach, ja. Ah, du siehst doch auch, wie viel wir zugucken, oder? Ja. Hm. Und das bin ich. Ich bin Genie nicht mehr. Was? Doch, jetzt. Oh, Retail! Ja. Das finde ich gut. Im Abschluss noch mal Retail. Mal Oni auf die Kacke hauen da. Oh, der vierte Mitspieler bleibt mal drin. Nennt sich auch noch Tödlicher Syrer. Ich hoffe ich doch mal, dass der Name das Programm ist. Nicht, dass wir schon wieder verlieren hier. Bestimmt. Oh, ich lande in dem Haus. Oder auch auf dem Haus. Scheiße, ich schaffe es nicht mehr. Ich wollte eigentlich auch den. Aber... Ich bin jetzt beim gelben Haus. Ich suche Thron. Ich suche Thron. Okay. Du-Bidu-Bidu. Du-Bidu-Bidu. Oh, bei mir ist einer. War da auch schon einer drin? Hallo. Oh, ich lacht auf ihn. Oh, er ist heute. Ich schaue mir an ihn. Oh, er kommt rein. Kommt, kommt noch zu mir hin. Was ist er denn? ah da ist noch einer ich habe ich mir noch klaus meiskalt den letzten schutz gibt es nicht man kann spielen glaubt ihr alles ob es auf seine unterhose ist alles wird geklaut mich doch deine unterhausen klauen mit dem namen markiert und zu sehen ob es auch wirklich ein namen ist sagen mit um schnell hin was keine chance es ist wie in diesen natur film weißt du da ist denn so ein typ der sitze am strand will sein fischbrötchen essen und da ist das Brötchen zur Hälfte im Mund kommt dem rüber angeflogen dann zack weg ist das und dann kann es sein dass es dir Spaß macht mich zu mobben äh ich hatte keiner so fragt rein mobbing wenn es eine Tatsache ist also wir müssen mal so langsam weiter ne sohn ist voll weit weg wo ist denn der andere der ist hinter uns komm ich noch warte 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 nicht weg war mir müssen wir haben wir warten meine blogg xp menze ja wo wir jetzt bei mir mann einmal in Einmal. Du bist halt sau weit weg noch. Ja, aber ich hab auch noch einen Wigipit. Wir haben noch 10 Verbände. Beiert euch da einfach mal. Ich muss mal hier in das Haus, weil da ist noch die Big-Truhe. Jetzt wartet doch mal auf eure blondierte Freunde. Oh, ist da nur nicht das coolere. Blondiert, ist blondiert. Ich sagte ja blondiert. Ich hab hier noch einen kleinen Hang. Ach, geh doch weg. Warte mal, wo ist mein Mitspieler? Der ist bei Richtung Lazy irgendwie gegangen. Warum auch immer. Aber sonst hat er keine Probleme, oder? Ich weiß es nicht, was er macht. Genie. In einer anderen Richtung. Ich sehe es. Wo rennt der denn hin? Sag mal. Weil wir beide ganz genau wissen, dass hier noch eine Truhe ist. Porno, sonst kann sie die Truhe haben. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Manu. Warte, ich mach ein Lagerfeuer an, damit sie uns sehen und mitnehmen. Ja, sehr gut. die wurden und da hinten noch geballert hinter dem hügel irgendwo haben auch noch schüsse da ist ein gegner da vorne war ein gegner was macht er jetzt da hinten das war da wo ich markiert habe zu dem haus also hier die seite wird schon benutzen arno jenny hat sexgranaten okay ich hatte sexgranaten sie hatte sexgranaten bestimmt wie anna ich dazu benutzt jetzt müssen alle deine vorliegen wieso meine wasser was so ihm jahre bleibt der oh mein gott was macht er mein gott oh mein gott was treibt da heute ja und was hat er hat sich brot geschnappt jetzt habe ich erst brot verstanden er hat sich brot gemacht geschnappt danach fressen nein er ist ja bei der agency in atoll alter in den schweig wieder an der laufen die scheiße an wie die zone ist ein moment ein moment hier ist noch nie wieder münze hier sind äpfel das macht unser kollege der wird wahrscheinlich gleich sterben ich würde sagen rennen weiter oder ja johann er hat nie die hatten hier lieb ahoy dahin werde wieder blick ja 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 auch aufzuheißen wie man mit dem heli steigt nach mit der linken maustaste und abdenken mit der rechten die musik und da muss runter auf das baller lassen ballon Oh, da wurde gebaut. Da wurde gebaut, aber er war mächtig. Ich baue schon mal den Baum ab. Kann ich auch steigen? Ach, mit E. Das ist halt unser Pilot. Wie die rachgierigen Säcke hier. Wie die rachgierigen Säcke. Alter, Alter. Ja, ich habe nichts genommen. Wie eine Horde um ein Stück Fleisch. Ja, nur schlimmer. So eine Horde Löwen, weißt du. Piranha. Piranha, sehr. Hier ist ein Ballon. Okay. Ich muss ein Teddybett zerstören. Okay. Ach, verdammte Axt. Sie waren schon irgendwelche. Das ist doch ein Teil. Das ist doch ein Teil. Das ist ein Teil. Nein, ich habe ein. Schritte bei mir. Oh. Bei mir, bei mir, bei mir. Bist du, Lila. Ach du Scheiße, warum bist du da ganz hinten? Wieso da ganz hinten? Und wo er da ganz vorne. Hier, da hinten. Wir sind aber zusammen. Ich meine, Tobi. Das ist ja. Das ist ja. Da oben. Die steht ihren Mann. So, hat jemand Raketen für mich? ja wuuu alter und an uns alter hier wird ordentlich rumgeballert bei dir? ja ah ich sehe eins wo auf dem Dach oder wo? bei mir bei mir bei mir hier ist die Salvensturm da sind noch mal Raketen ja ich brauch so langsam mal mehr Sturmmunition habt ihr noch irgendwas an Munition? Mano 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 Cool Dank Oh zum Zündchen Geilo noch vier Gegner ach so hinkriegen Achtung da wurde er gebaut ja das habe ich vorhin schon gesehen aber da ist bestimmt keiner mehr nicht ich habe Schiss ey das sind jetzt das sind jetzt wieder fünf Gegner oh nein wir haben nicht da wir sind dann noch im Haus welches? das was ich beschieße du musst noch das letzte stück ja im keller im keller jetzt ist einer hochgelaufen ich wollte aber nicht wie viele das sind ich hätte es so einiges ich habe keine ankommen da ist die weg da ist die weg der ist gleich weg der ist gleich weg bei der hinten kommt auch noch einer da 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 na ja heute war zwei wohnend und deine bekannte herunterrutschen ist auft telling ok hast recht der was steht deformals reden Oh Scheiße! Genie hilf mir schnell! Nein! Genie! Genie der ist gleich weg! Genie, du schickst doch! Genie! Das gibt's doch nicht! Ich hab ihn jetzt kurz gehauen. Na gut, eine Runde noch. Alter, ich hatte vorhin so'n Zwiebelmettbrot, ne? Manu, du hast ein Kami. Was? Seitdem hab ich voll lieben. Auf Englisch. Ja, wenn du verlässt, dann folgt er dir. Was verlassen? Auf die Gruppe. Die Russen? Die Gruppe! Aber das kommt wieder weg. Ey, du! Ne, du sollst Twitch verlassen, dann folgt er dir. Alter! Weißt du, da machen wir die ganze Arbeit und er und die andere Bande macht dein Ding. Oh ja! Warum nicht? Ach stimmt! Da wird er mir jetzt auch angezeigt. Geil! Ich brauch, ich brauch die App gar nicht auf. Dann wird das sogar auf der PC. Okay. Guten Tag. Ich brauch dich. Boon, wo, wo! Oh Oft so crackly Da hat ja mal ein Kind irgendwo in Amerika bei McDonalds Drogen bekommen, ne? Im Happy Year Okay Wir hatten da nämlich mal einen Mitarbeiter, der hat Drogen mit reingepackt Wenn du gesagt hast, bitte packen sie ein besonderes Spielzeug dazu Und dann ist der Vater mit seiner Tochter hingegangen Und hat dann halt gesagt Aufs Liebe zu seiner Tochter, bitte packen wir dir denn noch ein besonderes Spielzeug dazu Oder irgendwie ein zweites oder irgendwas hat er gesagt Und statt einem Spielzeug fahrt er dann den Budget weg oder sowas Ja Oh ne Wie kommt man denn das? Ah, das geht da Okay, ich hab ihn Ich verhör ihn Ich verhör ihn Okay Gefahr gebannt Boah Ich hab auch einen Ich fahr da auch Das ist ne blaue Munster Braucht ihr Hilfe? Ah da, ich seh ja, ich seh einen Da Ah da 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 Was ihr ihn verprügeln wollt Hab ihn Hab ihn Okay, irgendwie noch einen Oh, hab ihn alle Meine Güte Meine Güte Ich brauch ein richtiges Sturmgewehr Genau Auch Sofort tot Das war der letzte Okay Jetzt können wir in Ruhe spielen Jetzt können wir in Ruhe looten Looten, looten Looten ist so schön Ah ja Ah, hier ist noch ein Experiment So Alter Alter Ich hab das doch geheime Drogenlager hier gefunden Direkt unter der Straße hier gebaut Ah, das versteckt Jaja, das kenn ich Das war eigentlich Oh, du grüne Neuner Was, das alles von Margarane Oh, die Zone Nee, nee, nee Ups Ey, Männer Wo, wer hat da geschossen? Alter, was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Okay, wir müssen, wir müssen auch so langsam mal rennen, ne? Wir müssen laufen Ach, du scheiße Ich sehe mich sogar auch nach der, ähm Ich weiß es nicht, sollen wir den Heli holen, oder? Guck, guck Guck, guck Der Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir sind los предложit dahinten kommt der tier X falsches spiel da hätte ich auch mal wieder Bock drauf gefressen ich wollte auch ich weiß sie packt das spiel hier vorne da bauen wir da bauen wir da war verdammt hat er überhaupt nichts gebracht doch das war eine mega truhe ich habe ihn noch gekriegt der liegt der liegt echt auf dem boden der arme das witzig ist ich bin frei in der luft gestanden und anstatt zurück zu schießen geht er einfach rückwärts weiter nach hinten ich komme schneller hätte ich das hören müssen schneller sorry lauf 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 von deinem Leben oh da sind noch Thron scheiß drauf mal ist nur einmal im jahr manu sagt scheiß drauf und lauf direkt dahin ernsthaft oh ihr seid solche Decken was was ich glaube das Seidensturmgewehr mein Gott unser Hund er ist noch ganz hinten ich habe sechs kleine Tränkiffe zwischendurch was macht der da wo steht er ach ne er rennt hier ist noch nichts belutet egal lauf sechs kleine Red Bull Dosen hab ich einen Sixer haste ja einen Sixer einen Sixer Corona endlich mein großer Trank ey geil ja Risky Reels wurde aufgedeckt das stimmt alter ich bin jetzt schon battle pass stufe 19 ich habe das spiel jetzt heute zum ersten mal hier auf pc gestartet wartet wir müssen auf ihn warten schneller los lauf schneller nein geh doch nicht zurück komm jetzt come with me oh da sind xp alter oh 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 mein Gott da schießt er oh da ist ne Telefonzelle oh heli heli von wo von da haben wir hier gehört aus Südwest links rechts geradeaus war kaputt gemacht oh der Typ mit der Minigun ist da unten ja hat da jemand keine Matron die er sprengen kann du scheiße da ist eine kleine hat da jemand keine patronen ja da steht auch noch der heli ich glaube der ist weg Boah, ich hab ihn in mein Gesicht Ja, der Heli steht noch Der steht noch? Okay, dann lachst wegfliegen, weil die Zone ist sau weit weg Schnell, Heli Och Gott sei Dank Ich hab dir geholfen Nimm mich mit Dann beeil dich Ja Aua Von da unten Scheiß schwule Handlanger Beile euch Kommt jetzt Wartet Dali, Dali, Dali Ich bin drauf Auf, auf zur Partyhütte Auf, auf zur Partyhütte Wow, wow Wow, ei, 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 ei Äh Au Au Ich bin drauf in die Arschweine Oh, älter Ja, die haben die nicht denn jetzt gebrochen Wichterle Ist die Partyhütte noch drin? Ja Partyhütte Partyhütte anschnallen wir landen also solche pratschen also ich wurde gerade ja wir reißen die tatsen ab, alle zusammen, abreißen ich dachte so gehts schneller da war noch die vier reiß die hölle ab jetzt hab ich die hölle verstanden na die wollen wir nun nicht abreißen nicht? nein die armen leute die da wohnen die brauchen auch ein zu hause nein das ne bei mir läufts bei mir hängts jetzt vibriert der controller permanent hast du da den vibrator in der hand? ja ok doch nein hab ich nicht was? sie hat nen vibrator war nur seiner was? immer doch ja ah nein für sturmgewehr los du scheiße die gib mir stahl ab was machst du? das ist jetzt schaden genommen mal ab oh fuck quatschwunder 50 stahl 50 stahl aaaaaaah ich bin runtergerutscht dödel mensch das kann doch jeden mal passieren nö wir können uns doch erstmal hier aufhalten jetzt zu dieser kleinen hütte hier ich behalte den damm im auge darüber läuft wer schießt da? wo ist gegner? Ich glaub das war onser WaVao hier. Hatte jemand noch en Sniper? Ich? Ja ich könnte sagen deed. Bisher habe ich keinen gesehen gehabt. Schießt ihr oder? Naja das sind die Lass mal da hoch Die ist beim Menü Oh Leute noch zum Gegner Auch auf zum Damm Also da oben Also nicht direkt unterm Damm Oh ich hör's schon Das Schüssi Ah da Hä Und da Unter ja Ok Geh mal da zum Haus Auf nem Dach Eh Ne 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 Mann 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 Mach Tag Und wir wollen sich doch gegenseitig jetzt kommt Die wollen wir uns Oh nein Noch vier Gegner Bitte kein Team Bitte kein Team Ah komm Ich bin nicht Ach komm dort unten so wie unser bau kommt angekappelt zu dir macht da kein mist jetzt da oben scheiße also schwein das war's jenny fett ausgefragt ja sie kommen sie kommen ich bin auch zu Oh, keine Runde mehr oder was? So, hast du keine Runde mehr? Nö, denk mal nicht. Nö, sagt sie. Dann halt nicht. Also dann, bye bye, danke fürs Zuschauen.